Hallo und willkommen zurück zu Trine 2. Genau, ich bin natürlich wieder mit dem Christian dabei und ja, wie gesagt, wir sind ja gerade gestorben, da sitzen wir keinen Bock mehr. Deswegen beginnen wir jetzt am letzten Checkpoint wieder. Oh no. Quit too many. Autsch. Aua her, aua her, aua her. Da ist ne fleischflässende Pflanze. Hier, hier Pflanze. Die hat mich geschmeckt. Ja, Pflanze, bitte bitte. Oh no, du bist ja letztes erlebt. Ich hab die anderen beiden schon wieder verpulvert. Ja, da ist echt Spaß dran, war. Ja, ja. Ich glaub, da kommen wir endlich viele. Ich komm immer wieder, so ne Scheiß. Wie olde ist das denn? Bis jetzt gemacht, die ist kaputt. Kaputt? Oh no. Ja, genau. Du mieses Arsch doch, ey. Ja, die hat so den Kopf weg. Die hat mega krass den Kopf weg. Alles safe, keine Mien. Wie alles safe, keine Mien. Ja, genau. Ich sterbe. Ja, genau. Ach cool, hier oben ist ja nichts mehr. Ohne Dimmäische zu kriegen, natürlich. Was hat das denn gemacht? Ich bin ja auch in die Mauer. Oh, gerade nicht. Oh, ich glaube, noch ein bisschen. Wenn ich nicht da runterfalle und dann mehr draufgehe. Da bist du wieder. Mach mal die Klappe anzunehmen. Ich kann die nicht wegmachen. Ich kann es euch wegmachen? Läuft! Ach, da willst du hin? Ja, dann kriegt man das denn da doch. Kann man, kann man was machen? Deswegen bin ich gestorben. Ja, jetzt kaputt. Möchtest du jetzt da hoch springen und ich töte mich und dann sind wir wieder safe? Perfekt. Das ist ja jetzt hier rumgecheater. Warum ist das denn gecheater? Wir müssen da oben hin, oder? Ich weiß, während du da hingehst kann ich da schon mal die blöde Grenze gehen. Das geht richtig gut. Ach so. Alles klar. Oh, da würde ich mich fast immer laut. Die Gläuter war ja am Blatt. Juuuuiuii Guss denn da dran? Was ist denn das da oben? Du kannst gar nicht schießen, oder? Ah ja Oh Goooot Nein nein nicht da raus Neiiiiiin hier oben sind noch feinde genau sehr gut jetzt kann ich mir die dinge da holen oder auch nicht nicht mit dir da drauf ja ich wollte nur da oben die dinge zu holen ja auch noch mal da drauf alter du musst auf die verhör damit ich da oben an das ding rankommen ach so ja natürlich sein das wasser muss bis dahin halt halten aber so läuft das denn immer hinten ja aber ich war einmal darauf gepinkelt und gut ist nice frage ich mich natürlich trotzdem wie man hier hinten an die dinge dran kommt ist da oben die beiden kann es doch kaputt machen oder? ne kann ich nicht warte kommen die auch nicht da raus ok ich bin hammerdumm ach was lol nein noch nicht oh zwischensekunden oh 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 seht euch diese kleinen lichter an hast du noch nie glühbörmchen gesehen? die werden vom licht angezogen wir müssen noch hier hoch 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 jajaja level up 2 fähigkeitspunkte ne wir brauchen noch 1 und jetzt? weiss nicht wieso soll denn das immer gut sein ob man das kaputt hauen kann aber dann bringt das nichts Attila ist da runter gefallen kann das sein? ja du hast die hier runter geholt sehr schön ah ok jetzt hol dir die hol dir die Murmel die Murmel die Murmel wie soll ich denn da oben raken? weiss ich nicht kannst du die mit dem die Murmel irgendwie ablenken? die Pflanze? irgendwie nicht am Anfang konnte ich das hm irgendwie ich tu die Lampen noch mal kurz hier hin wenn wir dann noch ah guck mal hier liegt noch was zur Sache oh wahrscheinlich spielt halt keine Rolle weil ich kann dich damit nicht beschützen ok welcher ist hier musst du bis ganz hinten durchlaufen dann schnapp ich mir nochmal die Lampe geh nochmal einen Schritt weg irgendwie einen Schritt zurück Richtung meinen schon ist denn die Lampe gut? irgendwie nicht irgendwie nicht irgendwie nicht irgendwie nicht und wir gehen kurz zurück und machen dich wieder lebendig das ist echt ne Frage was hat das denn mit dem ach ne Moment wir brauchen die Glühwürmchen hier oben da dran lag das da jetzt pass auf jetzt schnappt ihr sich die Glühwürmchen ne tut ihr auch nicht war nicht genug go 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 da jetzt aber ach dat sind die Glühwürmchen ich denk das sind die gelben Punkte ach guck mal jetzt haben wir auch hier nein hier friss mich friss mich friss mich ich bin viel leckerer sie frisst es gibt Gas ist das hier ja aber ok dann brauche ich jetzt einen Turm quasi so eine Rampe da hoch ist ich das richtig? ja so ups ja da fuck haha diese scheiß Lampe so oh Gott ist doch gut kannst du noch mal Kisten drauf setzen wieso ich wollte eigentlich direkt quasi so eine so eine Rampe bauen ups oder haha ja Moment ich geh dann mal da hoch haha ein bisschen Fantasie geht halt anders ach guck mal jetzt aber geht sogar tatsächlich au wieso nicht nur Schramm ach da oben ist sie so stahl das ist nur die Lampe mit wegen den Glühwämpchen mir ist nicht gut du hättest mehr zu Abend essen sollen als nur einen Apfel nein es ist der Wald ist irgendwie äh dunkel das liegt daran dass es weit nach Bitternacht ist so ich bin ja du das ist was geht das ist das ist du das ist das ist du 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 Ah, endlich haben wir wieder den Letztloi. Okay, ich kann dir zumindest helfen, da auch fast unbeschadet durchzukommen. Loll. Ich spring einfach. So ungefähr. Ich bin da. Nice! Lass sie nicht noch machen. Lass sie hier. Perfekt. Wollen wir hier runterfahren? Ja, warte mal jetzt. WTF, musst du dich verarschen? Geht sie denn hier noch? Kistchen! Meine Schwester ist doof, fade und dumm. Und doch schwirren alle um sie herum. Hammer. Du musst eine richtige Awesome-Fucking-Schwester haben. Das hat ja immer noch zum Geburtstag geführt. Ja, Autsch. Och, Leute, ich bin da links von mir auch welche. Ich kann auch welche für dich drehen, wa? Wenn das irgendwie hilft. Ja, der linke nach oben wäre gut. Der linke nach oben? Ja, der linke. Der ganz linke. Der so quer schießt. Ja, im Moment. Ja, genau. Okay, nice. Du machst das. Alter, schön. Am letzten Checkpoint. So, jetzt hab ich den ganz hinten. Weg. Okay. So, jetzt ist hier genau auf nichts drauf gegangen. Da liegt nur ein Fläschchen. Ja, ich wollte dich aber auch kurz wiederbeleben. Schau ich nicht alleine, oder? Was ist das? Na, ich glaub nicht. Ich hol dich lieber wieder. Du bist mein Freund und Helfer. Du bist auch Mika. M-M-Mika. Genau, du bist Mika. Haha. Ich bin der Zauberer. Da ist der Zauberer. Ich bin der Zauberer. Ich bin der Zauberer. Ich bin der Zauberer. Ja, ich bin der Zauberer. Ja, sicher. Ja, sicher. Ach, cool. Ich glaub, da haben wir alles. Na, ich soll los. Alle licht. Ich hab's geflogen. Ich hab's geflogen. Ich hab's geflogen. Ich hab's geflogen. Magst du nicht links kurz, einmal uns äh? Hahaha. Nice. Magst du nicht... Okay. Mach's denn jetzt einmal kurz zu der geilen Kugel da oben. Geht's für Kugel? Ja, also... Also, geht zur Kugel. Liebe Hubspiele. Ok, komm. Was ist denn jetzt los? Hier ist nochmal so eine Mucke, oder? Moment. Oh. Ich bin wieder in der Glocken schwunden. Ja, perfekt. Oh lol, nice. Hammergeil. Diese Grube ist voll von diesen Monsterpflanzen. Mach die Augen zu und stell dir vor, es werden Hürzinken. Genau, Hürzinken. Oh, da bin ich schon da ganz oben gefallen. Und da bin ich schon kaputt. Oh Gott. Next. Und da bin ich schon kaputt. Das ist schon wieder sowieso. Nein, nein. Hahaha. Scheiße. Hürzinken. Nur am letzten Checkpoint. Fickt euch doch alle. Leute, frisst du ja doch wohl die Kiste übernehmen. Nicht zur Scheiße. Oh. 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 Oh Gott. Oh.